Ich würde gerne starten jetzt. Gut. So, dann. Beste Menschen thuis, in der Euregio Maserain, oder noch weiter weg. Liebe Leute daheim, in unserer Euregio, oder noch weiter weg. Chere Participanten a cette réunion, chez vous, dans notre Euregio, ou bien plus loin. Ich begrüße jullie von Harte nach der ersten ersten lesen von der 21e edition von der Euregio Literaturpreis für Schoenieren. Eigentlich hatten wir durch die Vorkehr aangegeben dass es eine offline-samenkomst kommt, dass wir uns live sehen, aber durch unsere bekanntungen. Können wir das, jammer genug, nicht. Ich begrüße Sie und Euch recht herzlich zur ersten lesung der nunmehr und wir müssen uns über die Vorkehr aangegeben. Das Format, ein Format en ligne, und wir müssen uns über die Zukunft machen. Voilà. Wat steht er vanavond op het programma? Wir beginnen na eine korte introductie mit betrekking tot de biografie von Tommy Wieringa und von seinen Vertaalster mit der lezing von einem passage aus De Heilige Rita durch den auteur selbst. Hier nochmals, sehr persönlich für alle, herzlich willkommen, meneer Wieringa. Hallo. Und bedankt, dass ihr die Zeit habt gevunden um vonavond hier anwesig zu sein, aufgrund der Druck, die wir alle kennen in diese schwierige Zeiten. Wir fangen an mit der lektur eine text-passage aus Santa Rita, in Niederländische Sprache dann, durch den auteur des Werkes, Tommy Wieringa. On va donc commencer par la lecture d'un passage du livre Sainte Rita présenté en Irlandais par son auteur Tommy Wieringa que nous remercions de tout cœur d'avoir trouvé le temps d'assister à cette rencontre de ce soir. Et nous souhaitons bien sûr également la bienvenue à Madame Isabelle Roselin, traductrice de Sainte Rita en français. Elle va nous lire un extrait de la traduction française du livre Sujet de ce soir. We begroten dus ook de vertaalster van de heilige Rita, dat is mevrouw Isabelle Roselin, die dan ook een passage uit de Franse vertaling van het genomineerde boek van Tommy Wieringa zal voorlezen. Verder groet ik natuurlijk alle aanwezige leerlingen, leerkrachten en alle personen die virtueel vanavond aanwezig zijn. Beste leerlingen, na de lezingen mogen jullie vragen stellen en dat kan door rechts onderaan. Ik geloof dat dat bij meer is, bij reacties, kun je op het handje in de balk klikken. Normaal gezien kun je zo je hand opsteken. Ik begruusse weiter alle Schüler en Schullerinnen en de leger en de legerinnen die zich dazu geschaltet hebben. Fragen zijn vandaag gewischt. We hebben zwar schon vragen bekommen, maar het wäre natuurlijk schöner, wenn je euren vragen direct stellen. En dat gaat, indem je unten unter meer bij reaktionen op de button hand erheben klikt. Vielleicht kennt je dat ook van online onderricht wenn ihr met Zoom gearbeitet hebt. Je salue bien sûr tous et toutes les élèves en ligne ainsi que leurs profs. Nous avons déjà obtenu par le billet de vos profs des questions formulées par vous. N'hésitez pas à poser des questions vous-même après les lectures. À droite, en bas, sur votre écran, vous trouverez réaction, je si c'est le même mot, là vous pouvez cliquer sur le bouton lever la main, et ainsi vous aurez la possibilité de poser personnellement votre ou vos questions. Goed, last but not least, begroute ik natuurlijk Oliver Vogt, die nu zonder gezicht is, gezichtsloos is. Hij is de verantwoordelijke van de stichting Euregio Cultuur, Euregio Cultura, en hij zorgt ervoor dat alles vanavond van een leie dakje loopt. Last but not least begrüße ik Oliver Vogt, Geschäftsführer van Euregio Cultura, veranstalter des Euregio Schuller Literaturpreises. Er is der mysterieusen man in hintergrond der für die technische untersuchung zagen wird. Je salue aussi Oliver Vogt du du et francais Vielen Dank für deine Unterstützung. Fried Kordemans ist mein Name. Ich kenne den Aurélios-Jules-Literaturpreis schon seit den frühesten Anfängen. Ich bin seit Anfang des Schuljahres in Rente, nachdem ich als gebürtige Belgierin lange Jahre in Deutschland unterrichtet habe. Et voilà, je me présente moi-même. Mein Name ist Fried Kordemans. Ich bin von Flamand und ich arbeite in der Ausbildung in Aix-La-Chapelle für lange Jahre. Ich bin jetzt in der Arbeit, in der pension. Ich bin pensionär. So, voordat we Tommy Wieringa zelf nu aan het woord laten, een kort overzicht over zijn levensverhaal en later ook over dat van zijn vertaalster, Isabelle Rosselin. Avant de passer à la lecture des passages, je vous donne encore quelques données-clés sur la biographie de Tommy Wieringa, Isabelle Rosselin. Bevor wir mit den eigentlichen Lesungen beginnen, noch ein paar Lebensdaten zu Tommy Wieringa und später auch zu Isabelle Rosselin. Tommy David Wieringa, so ist sein vollediger Name, ist geboren in Chor. Op 20 Mai 1967, kunnen jullie uitrekenen, hoe oud hij is. Tommy Wieringa ist geboren im Jahr 67 in Chor, das liegt in der Provinz Overijssel, in den Niederlanden. Tommy Wieringa ist in 20 Mai 1967, in einer Kommune, Chor, an ungefähr 40 km von der Frontier Allemande. Wieringa, Tommy, jij zegt als er iets fout is, mag je het achteraf zeggen. Dat is soms interessant te horen wat andere mensen iets over iemand zeggen en soms klopt het ook niet wat wordt gezegd. Ik heb natuurlijk een beetje gerechercheerd, maar misschien klopt het een of andere niet. Alles klopt, tot nu toe. Alles is recht, ja. Tommy Wieringa bracht het eerste deel van je jeugd door op Aruba en op zijn negende verhuisde het gezin terug naar Nederland, waarna Wieringa lang in het Twentse geesteren woonde. In Groningen studeerde hij dan geschiedenis en in Utrecht journalistiek. Naar eigen zeggen werkte hij onder meer als aansteker, verkoper op de markt en als logistist bij de Spoorwegen om zijn studie te financieren. Wieringa verbrachte, ik glaube, dat is ook interessant, im Hinblick auf die lektüre des Buches, verbrachte een grootsteil zijn Jugend op Aruba. Dat is een der drie ABC-Inselen. A staat voor Aruba, B staat voor Bonaire en C staat voor Curaçao. Er studierte Geschichte in Groningen en journalistiek aan de Universiteit Utrecht. Tommy Wieringa passie in partit zijn genoes dans les Antilles irlandaes en als hij neuf jaar heeft, de familie retourne, habiteren in het Pays-Bas. Hij studiede de histoire aan de Universiteit Groningen en de journalistiek aan de Universiteit Utrecht. Na de publicatie van drie romans kwam in 2005 de doorbraak naar een groter publiek met de ontwikkelingsroman Jew Speedboat, heb ik in der tijd ook gelezen. Dit boek werd genomineerd voor vele prijzen waarvan er ook enkele toegekend werd. Zo kreeg Tommy voor Jew Speedboat de Ferdinand-Berderwijk-prijs, is een heel gereputeerde prijs voor verhalend proza. Wieringa had 2005 met zijn ontwikkelingsroman Jew Speedboat, der ook al nominiert wurde voor de Oregio Schuller Literaturpreis. Hij had dus met dit roman zijn eerste prijs gegrondigd als schriftsteller, naat hij hadden al drie romans veröffentlicht. Naar drie romans, lus alleen door een publiek restreint, hij wist in 2005 een groot succes met het livre, que je tient maintenant en main, Jew Speedboat, coroné avec plusieurs prijs. Le livre est traduit en français en 2008 sous le même titre. Tommy Viriva was actief voor radio en televisie door het schrijven van een scenario, verschillende hoorspelen. Hij wist actief in het bereik van radio, op tv, door het schrijven van een streepboek, zoals meerdere hoorspelen. Il a écrit un scenario pour la télé et plusieurs pièces pour radio. Verder werkte hij als journalist. Journalistisch werk verscheen onder andere in de Volkskrant, Freie Nederland, in de Spits, ook sinds 2018 bij het NRC Handelsblatt. Als journalist war hij unter anderem voor de tageszeitungen de Volkskrant, sowie Freie Nederland en andere zeitungen tätig en is nog tätig. En tant que journalist, hij a publié des articles et des chroniques pour des journaux et de rubriques en travaille toujours en tant que journalist. Ce qui est intéressant, c'est que Viringa écrit aussi de la poëzie qu'il performe en musique en tant que participant du groupe Danskoy. En de musiquegroupe Danskoy expérimenteert Viringa met de combinatie van poëzie en muziek. Hij schreef in 2010 het Groot Dictee der Nederlandse Taal en schreef in 2014 het Boekenweekgeschenk. Dat is voor de Nederlandstalige interessant. In 2018 won hij dan de Boekspot Literatuurprijs voor de Heilige Rita. Het boek waaruit vanavond wordt voorgelezen, als ook de Boekspot Lezersprijs en de langzuliebeleve. Nee, niet langzuliebeleve, maar langzuliebeleesetrofé. Sein im August 2019 auf deutsch erschienener Roman Santa Rita, auf deutsch Santa Rita, auf niederländisch der ehrlige Rita, schildert das Leben und Innenleben der Verlierer in den abgehängten ländlichen Gebieten der Nederlandse, wir wissen es, und für diesen 2017 in Originalsprache erschienenen Roman erhielt er dan den niederländischen Bookspot Literaturpreis 2018 in der Kategorie der Kritiker als auch der Leser. Tommy Wieringa hat auch viele Preis und Distinctions, unter anderem für den Livre Sujet der Session der Lecture de ce soir de Sainte Rita. So, dann zou ich nu willen fragen an Tommy Wieringa of hij een passage uit zijn boek kan voorlezen. Ja, sorry. Ik heb tot nu toe was ik onverstaanbaar. Excuse. Shall I address to you in English for my introduction? What do you think? Ja, I'll do it anyway. I think most of you will speak English, so that's probably the most lingua franca, so let's address to you in English. Thanks for being here. This is my first reading in quite a while and I always fear a younger public because you are the most critical of all. For older people, they're not critical at all, but younger people, they are terrible to read for. So this is going to be quite a ride and I'm much looking forward to it. So welcome and prepare. I'll read a bit from de heilige Rita now and I'll do that in Dutch. Let's see where it is. Yeah, here we are. Hoofdstuk 21. Diep in the nacht, zijn telefoon. Hij schoot overeind. Waar was dat ding? Waar was verdomme zijn broek? Zijn vader, hij had hem nooit alleen mogen laten. Zijn broek verdomme. De telefoon rinkelde aanhoudend. Hij stommelde door de kamer tot Ineke Wessels het nachtlampje aanknipte. Een vlugge blik op het scherm voor hij opnam. Niet zijn vader. Man, ik schrik me dood, zei hij tegen Hedwigus. Wat is er? Paul, ik ben hier. Wat is er? Ze hebben me te pakken, Paul, jammerde Hedwigus. Wat is er gebeurd? Ik ben overvallen, Paul, je moet komen. Verdamme, heb je de politie gebeld? Je moet nu komen, Paul. Ik kom eraan, ik ben niet thuis, een half uur. Het leek of Hedwigus huilde. Zijn ze weg? Vroeg Paul. Ja. Ik bel de politie, doe alle lichten aan, ik kom eraan. Hij trapte de achterkanten van zijn schoenen plat en zei, ik moet weg. In een verschoten nachthemd waar de rek uit was, stond ze naast het bed. Haar borsten rusten op haar buik. Wat is er? Iets ergs? Hedwigus, zei hij, een overval, niet goed. Ga, ga, zei ze. Hij was de wijk al haast uit toen hij de meldkamer aan de lijn kreeg. Hij gaf het adres door en eilde door de donkere waarmanslanden naar Marienveen. Hij was er eerder dan de politie. Het huis straalde als een ufo in de nacht. Door het raam zag hij Hedwigus aan de keukentafel zitten. Hij deed open toen Paul op het raam tikte. Geronnen bloed op zijn gezicht, bij zijn oor zat een diepe snee. Hij was in slaap gevallen voor de tv, zei Hedwigus toen ze opeens in de keuken stonden. Twee mannen met bivakmutsen op. De grootste had hem hard tegen de muur gedrukt, het stuk had zijn gezicht opengehaald. Zoveel kracht had de man uitgeoefend dat zijn kunstgebit in zijn mond gebroken was. Hier, dwars door de midden. Verslagen staarde Hedwigus naar de helft van zijn bovengebid op de keukentafel. Oh oh, mompelde hij. Oh oh. Even voor drieën parkeerde er een politieauto voor de winkel, bijna een uur na Pauls melding. Voor de alcoholcontroles waren ze paraat, maar als er echt iets was, dan dronken ze eerst de koffie op, dacht Paul. Hij liet ze binnen, een man en een vrouw. Het hele verhaal nog een keer, hoe Hedwigus was afgetuigd en daarna neergeslagen met een hard voorwerp toen ze hadden gevonden waar ze voor gekomen waren. Paul zette koffie, zijn kaken strak. Een bedrag van 30.000 euro, zegt u, zei de vrouw, die meeschreef in een notitieboekje. Ze kwam uit het westen, hoorde Paul. Zoiets, zei Hedwigus. Dat bewaarde u in huis. Hij knikte. Waarom, als ik vragen mag? Het wiegen schudde zijn wasbleke, gehavende hoofd. Dat hebben we toch wel gezien met die banken, of niet dan? U vertrouwt de banken niet? Robin Hood stel het geld van de rijke mensen en gaf het aan de arme mensen. Banken doen het net andersom. Spraken ze Nederlands, wilde de andere agent weten. Geld, boeistas geld, al maar achter elkaar. Duits, schreef het pennetje. Paul stond tegen het keukenblok met zijn armen over elkaar te luisteren terwijl de koffie doorliep. Kunt u hun postuur beschrijven, huidskleer, bijzonderheden, dingen die u zijn opgevallen? Hedwigus beschreef grote mannen, eentje met een bomberjek en een camouflagebroek aan als een soldaat. De ander was donker gekleed, meer kon hij er zich niet van herinneren. Dat ze blank waren, wist hij zeker. De bivapmutsen waren donkerblauw of zwart geweest. Een kilte daalde als motregen in Paul neer. Konden ze weten dat u dat geld in huis had, vroeg de man. Een vlugge blik op Paul, toen schudde Hedwigus zijn hoofd. Maar ze waren er wel naar op zoek. Dat leek wel zo, ja. Het pennetje vloog over het papier. Het vond alles even interessant. In de vensterbank stonden plastic orchideeën met een stapel stories en huis-aan-huisbladen ernaast, waarop talloze bromvliegen hun einde hadden gevonden. Na de dood van zijn moeder was de verwaarlozing begonnen. Er was nooit meer een raam open geweest. Het rook alsof er ergens vlees lag te rotten. Naar de kerk ging Hedwigus niet meer, omdat hij geen zin had om zich netjes aan te kleden. Net als Aloïs Cruzen luisterde hij naar kerk aan huis. De lamp boven tafel knipperde even. De foutuil voor de tv was volledig doorgezeten. De vulling stak er doorheen. Er moest een moment zijn geweest dat hij de dingen niet meer in de keukenkastjes opborg. Het bestek niet en de appelstroop niet en liet ophopen op het aanrecht. Wat knippert die lamp, zei de mannelijke agent. Het is altijd, zei Paul. We zitten aan het eind van de lijn hier. Zo hebben het wel, zei de vrouw even later. Is er nog iets wat u aan uw verklaring wilt toevoegen? Het wieges schudde zijn hoofd. Grimmig met zijn armen over elkaar, zei Paul. Willen jullie niet weten wie het gedaan heeft? Een moment van zuivere, weldadige stilte. Ga maar eens kijken bij Club Pasha, vervolgde hij. In Stadtau, vlak over de grens. Daar zit ene meneer Laurence Stechink mooi weer te spelen aan de bar en naast hem zit Iwan, een Rus, zo'n kerel. Hij hief zijn handen breed uit. Ga die twee maar eens vragen waarop ze vannacht waren. Zijn stem beefde van woede en dan zou het me niks verbazen als je achter een plint of onder de vloer dertigduizend euro vindt en misschien nog wel wat meer ook. Waarom denkt u dat? vroeg de agent. Laat ik het zo zeggen, zei Paul. Ze wisten donders goed dat hij geld in huis had. Gisteren heb ik de heer Stechink nog gehoord vragen of hij niet wilde investeren in de club. Hij wees naar Hedwigers. Gisteravond nog. U was daar? In die club? Wij ja. Ga die twee maar vragen waar of dat geld is. Denkt u dat ook? vroeg de vrouw aan Hedwigers. Dat kan ik toch niet weten? piepte Hedwigers. Met die mutsen en zo. Dat kon ik toch allemaal niet zo gauw zien allemaal? U had niet de indruk dat ze u misschien kenden. Nee, zei hij. Eigenlijk niet, nee. Hulpeloos keek hij naar Paul die langzaam zijn hoofd schudde. Hoe heet die club, zegt u? Paul spelde de naam voor haar en toen die van Lauren Stechink. Hoe de Rus heette wist hij niet. Iwan, zei u toch? vroeg de vrouw. De bijnaam van de Rus in de oorlog, zei Paul. Iwan, Tommy, Frits. Aha, zei de vrouw. De mannen keken Hedwigers en hem, de agenten keken Hedwigers en hem om beurten aan als om te peilen of er nog meer kwam. Wij nemen uw verdenking mee, zei de mantel. was er afgesproken dat tot daar wordt vorgelezen? Eigentlich nog een beetje weiter, maar ik denk dat hij is weg. Ja, dan kunnen ook geen vragen geesteld worden. Sollen we dan vielleicht weitermachen met Frau Rosela zo lang bis Tommy weer daar is? Ik denk dat hij er een léger problem de connexion de la part de Tommy. Normalement, l'extrait était censé durer encore een tout petit peu, maar we gaan attendre qu'il se reconnecte en peut-être poursuivre la lecture avec Isabelle et sa présentation. Oui, d'accord. Bon, Isabelle, la bienvenue aussi à vous. Vous êtes la traductrice du livre dont nous allons également écouter un extrait en langue française. Voilà, Tommy. Ah, voilà, Tommy. Il est nouveau là. Oké. Ja, ik heb een nieuwe verbinding gemaakt. Hoe lang was ik er uit? De hele tijd of alleen maar even tot het eind van pagina 180 was dat. Oh ja, ik heb een i, sorry allemaal, maar ik heb een bestand dat heeft andere pagina indeling. Oké, de agenten keken het wieges en hem om beurten aan. Oh, dat was zo, dat was het bijna, dan hebben we bijna niks gemist. Nu heb ik, even kijken, nu krijg ik, oké, ik ga terug naar waar ik was, oké, excuus. Ja, niet derg. De agenten keken het wieges en hem om beurten aan, als om te peilen of er nog meer kwam. Wij nemen uw verdenking mee, zei de man toen, in het verhaal. De vrouw legde een folder van slachtofferhulp op tafel. Zo'n gebeurtenis kan heel ingrijpend zijn, zei ze, traumatiserend. Ik raad u aan om contact met ze te zoeken, daar zijn ze voor. Dof staarde het wieges naar het foldertje op het tafelkleed. We kijken nog even wat rond, goed. Ze verlieten de kamer en haalden staaflantaarns uit de auto en slopen even later als vossen rond het huis. Dertigduizend euro, vroeg Paul zacht. Het wieges zat voorover gebogen, zijn vingers weggestoken in zijn haar. Tachtig, zei hij zacht. Paul kreunde. Wat een domme kloot ben ik, zei het wieges met zijn hoge stem. Wat een kloot. Waarom zei het dertig? Het wieges trok met zijn schouders. Ik weet niet, ik dacht aan de belasting. Man, oh man, hoe kan je nou? Paul schudde zijn hoofd en zweeg. Het wieges richtte zich op, zijn ingevallen bovenlip trilde. O, Paul, wat hebben ze me te pakken. Echt, ik zweer het je, wat een zwijnjak, wat een zwijnjak. O, hoe kon ik zo dom zijn? Het wieges ogen stonden vol tranen. We pakken ze terug, zei Paul verbeter. Treurig keek zijn vriend hem aan. Ze waren twee kleine, zwakke mannen, machteloos tegenover het geweld. Ze konden camera's ophangen, dievenklauwen op de deuren zetten en de heilige rieten aanroepen, maar terugvechten, dat konden ze niet. Het wieges kwam overeind. Hij kreunde zachtjes. Alles doet me zeer, zei hij. Hij draaide de kraan open, wachtte tot het water warm was en spoelde het bloed van zijn gezicht. Een web van schrammen kwam tevoorschijn en ook de snee bij zijn oor. De agenten kwamen terug. De overvallers waren via een raam het magazijn binnengedrongen dat achteraan het weiland grensde en hadden er de deur naar het woonhuis geforceerd. Daar doe je niks tegen, zei de man. Als ze binnen willen komen, komen ze binnen. Je kunt het hooguit vertragen. Waar had u het geld liggen, vroeg de vrouw. Het wieges ging ze voor, de trap op naar boven. Paul bleef in de keuken achter. Toen ze een kwartier later afscheid namen, keek de vrouw nog even naar de bond bij het wieges oor. Dat moet gehecht hoor, zei ze. Alleen bleven ze achter, twee miserabele mannen in het holst van de nacht. Het wieges zette de televisie aan. Hij stond een tijdje voor het beeldscherm waarop de werking van een wonderbaarlijk fitnessapparaat werd gedemonstreerd. Hij leek kleiner dan anders. Paul had in de krant gelezen over de kapitein van een gekaapt vrachtschip in de Golf van Aden. Toen hij bevrijd werd, bleek hij van pure doodsangst vijf centimeter gekrompen. Het wieges schuifelde achterwaarts en liet zich langzaam zakken toen hij de fotui tegen zijn kuiten voelde, zijn handen steunend op de leuningen. Een zaaltje mensen luisterde ademloos naar de instructeur bij het wonderapparaat, een afgetrainde man van middelbare leeftijd met spierwitte tanden. Met zijn hoofd op zijn armen viel Paul na een tijdje aan de keukentafel in slaap. Bibberig grijs licht kwam de kamer binnen. Paul hief zijn hoofd. Het wieges zat nog altijd voor de televisie. Sliep hij met zijn ogen open? Hé vader, zei Paul zacht. Het wieges knipperde met zijn ogen ten teken dat hij hem had gehoord. Paul schonk een kop pittere oude koffie in en liep naar het magazijn. Met verneinige steken kwam de bloedzomloop in zijn armen weer op gang. Hij zocht een boor en schroeven maar vond alleen een hamer en wat spijkers waarmee hij aan de binnenkant een paar planken voor het raam vaststimmerde. Het slot van de deur zou moeten worden vernieuwd. In de keuken nam hij een slok koffie en zei ik kom vanmiddag terug oké? Oké zei Hedwigus toonloos bedankt dat je er was. Wat dacht je dan Siepel? Ja hartelijk dank Tommy Ik zit even te kijken waar ik jullie weer vind Ja vertel Oké So dan könnten we jetzt die ersten Fragen könnten jetzt die ersten Fragen schon mal gestellt werden bevor wir nachher auch Frau Roselin hören werden Maja vom Kufen Gymnasium oder Lilia vom stiftischen Gymnasium Duren Sind die da und könnten die ihre Fragen stellen? Ik passe aux premières questions Est Maja Daken ou Lilia de Duren sont là On l'avait déjà reçu leur question en am on Si elles sont là peut-être qu'elles peuvent se manifester Anders stelle ik zelf die vragen Wat is er toch een hel ou quelqu'un d'autre qui veut poser sa question on est 71 personnes ici donc ceux qui peuvent lever la main et s'adresser directement à l'auteur La première question c'était pourquoi est-ce que vous avez choisi de placer au coeur de ce roman un endroit aussi triste et on eu pourquoi est-ce que la atmosphère dans votre roman est constamment tellement morose donc voilà la première question qu'on avait reçu et Dunia on la prendra sa question après ja je vraag zal ik antwoorden ja graag u mag in nèllands antwoorden wij proberen dat dan in het duits en in het frans vertalen heel goed heel goed ik ik heb niet het idee gehad toen ik het boek schreef omdat het nu eenmaal de omgeving is waar ik vandaan kom ik zal korte stukjes houden ja ja also er had in dem moment wo er eben das boek schrieben had nicht die voorstelling gehabt dass das eben eine triste omgebung ist weil das die omgebung ist in der aufgewachsen ist ok het heeft niet het vrolijke geluk het dopamine geluk van instagram dat is waar het is niet een plastic wereld waarin mensen zich op hun best vertonen de mensen zijn eenvoudig wat ze zijn ja also het is geen scheinweld quasi geschildert wie die manchmal ook op instagram erscheint en die leute werden einfach zo dargestellt wie ze zijn het in effect pas een mond instagram able het is pas le paradis waar het goed maar die mensen zijn portreter de 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 die 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 zijn . en ik kan me voorstellen dat je het een trieste omgeving vindt maar het is wel de realiteit van veel perifere en vaak grensgebieden zowel in Duitsland als in Vlaanderen als in Nederland deze sociale realiteit zie je en die die speelt zich vooral voor mij af in gebieden waar heel veel invloeden van buitenaf zijn en waar mensen minder beschikking hebben over politiediensten bijvoorbeeld maar wel de onzekerheid hebben van rondtrekkende bendes wat je in grensgebieden veel ziet ja dus dat dat levert misschien een trieste omgeving op maar ik heb het toch voornamelijk naar de realiteit geschilderd dat wil zeggen dat ik niets heb hoeven verzinnen dit is hoe het is in veel gebieden ja het is misschien een triste omgeving maar het entspreekt de realiteit vooral van grenzgebieden van periferen gebieden aan de grenzen en waar die mensen het gevoel hebben dat veel invloes van draussen komen dat die polizei maar vielleicht niet voorhanden is en ja dat is die realiteit in het was abgelegener gebieten zowel in Duitsland als in Duitsland Frankrijk Vlaanderen in Frankrijk Vlaanderen also aan de grenzen Ja Das ist wirklich an der Grund, dass ich mich von dieser Region inspiriert habe. Und das ist meine Impression von der Realität von dort, die in dieser Frontaliere regnet. Zumal da auch häufiger Dampanten unterwegs sind, auch grenzüberschreitend. Ja. Stimmt. Ja, ok. Das ist dann das Antwort auf die Frage, oder auf die Fragen. Ja, weil es noch mehr Fragen gibt, also das ist nur ein. Ok. Gut. Zullen wir dann das Mädchen, die ihre Hand hat aufgesprochen, schon mal an der Beurt lassen? Dunja hat sich vorhin gemeldet. Wer hat denn die Hand geholfen? Ich weiß nicht in welcher Sprache die Frage jetzt gestellt werden wird. Dunja hat sich vorhin gemeldet. Ja, ich kann es sprechen. Ja, ich kann es sprechen. Also, meine Frage war, dass, außerhalb der Bildung in welchem er seine Geschichte geschrieben hat, er hat gesagt, dass es real ist für ihn, dass es das sie wirklich gesehen hat. Also, es gibt es, dass es ihr Leben gibt, die er persönlich gesehen hat, die er inspiriert hat, um seine Geschichte zu schreiben? Alles. Alles. Die Frage ist, ob außerhalb dieser Realitätsnamen, der gerade beschrieben wurde, ob es bestimmte biografische Ereignissen gibt, die ihn zum Schreiben bewegt haben. Ich habe, toen ich ein Jahr oder 30 war, besloot niemals mehr ein autobiografisch boek zu schreiben, omdat ich der autobiografie zat war. Ich war selbst helemaal zat. Aber, toen ich älter war und ein Jahr oder 45 war, dachte ich an wie ich mit meinem Vater aufgroeide, zusammen in ein sehr großes Spookhuis und Boerderij an der Duitse Grenze in Oost-Nederland. Und dann trof es mich als eine Entroering. Twee Mannen, ein Jungen und ein Vater, waarvan der Vater eigentlich nicht wist was, was er mit der Zoon an moest. Und der Zoon keek nach der Vater und dachte, wie ist die Mann? Dus zwei onhandige figuren, die mit Elkaar zitten opgescheept in ein viel te groot huis. Und opeens fand ich es ontroerend, toen ich daaraan zurückdachte. Und dann dachte ich, ich muss doch mal wieder zurück nach dem autobiografischen Element. Und ich habe dus eigentlich die Jeugd von mir und meinem Vater in literäre zin wiedergegeben. Ja, so, also als Tommy 30 Jahre alt war, hat er gesagt, nie mehr Biografie. Auto. Autobiografie, Entschuldigung, nie mehr Autobiografie. Als er dann aber 45 wurde, dann wurde es anders und wollte er schildern, wie er groß geworden ist, zusammen mit seinem Vater in einem Haus, das er ein Gespensterhaus, Spokhaus nennt, an der deutschen Grenze im äußersten Osten der Niederlande. Und dann hat er da gesehen, ein Vater mit seinem Sohn, zwei Leute, die ja selber nicht mit sich selber nicht zurechtkamen. Und er fand das so rührend und insofern hat das Buch sehr viel mit der eigenen Biografie zu tun und das ist sehr autobiografisch. Und wenn er 30 Jahre alt war, dann hat er nicht mehr so jemals, ich will sagen, in der autobiografie. Und wenn er 45 war, dann hat er gesagt, warum nicht? Und er hat sich zu repensern zu seiner jeunesse, dass er mit seinem Vater in eine Familie, ein bisschen hantete, in der Räsen Frontalier, mit der Allemagne. Und es war natürlich die Geschichte zwischen einem Vater und einem Vater, die nicht wirklich wissen, was mit dem anderen zu tun, wie man interagieren, wie man diese Leben zusammenleben kann. Und er fand das sehr beeindruckend, also hat er gesagt, dass er etwas tun wird, dass er etwas tun wird, diese Partie von seiner Jeunesse zu arbeiten. Die nächste Frage könnte Eva vom Stiftischen Gymnasium düren, die Stelle, weil das ein guter Übergang ist, zu Frau Roselin. Ja, ist Eva da? Amin hat die Hand erhoben. Dann lassen wir Amin. Oder Amin, ich weiß nicht genau wie das betont wird. Amin, ich hatte auch eine Frage. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Amin, das Problem ist, dass ein Schreiber eigentlich nicht denkt an die Thematik von seinen Roman, aber nur an das Verhaal, das sie will erzählen. Die Thematik ist für später, als die Studenten, wie Sie, das Buch an Flarders scheuren. Aber dafür gab es keine Thematik von Thematik. Ok, also es war nicht, sozusagen, doelgericht auf ein Thema? Nee, natürlich nicht. Ich bin kein ambtenaar. Ok, so, Amin fragt also, warum im sechsten und im neunten Kapitel die Rede ist von Ruben, der sich auf den Weg macht nach dem Westen der Niederlande, also da, wo die großen Städte sind. Und Tommy antwortet, dass das einfach nur eine Beschreibung ist und dass er da nicht ein bestimmtes Thema anführen will. Also, das bestimmen von den Themen eines Buches, das überlässt eher denjenigen, die das Buch zerfleddern wollen oder die das Buch auseinandernehmen wollen, sei es Schüler oder andere Leute. Insofern, das ist nicht ein gewolltes Thema, die Flucht in Richtung Westen. Die Frage war, warum, in dem 6e und 9e Kapitel, man sich ein bisschen auf die Perspektive und man sieht Ruben, die sich in den Westen zu befinden. Und Tommy hat mich, wie Sie gesehen haben, wie Sie gesehen haben, und dass er nicht ein Thema in den Kopf hat, weil ein Autor, er hat keine Thema Thema, wenn er es, er hat seine Geschichte, er hat seine Geschichte, er hat seine Geschichte. Er findet ein Thema, das ist, das, das ist der Arbeit der Studierenden, die die das Buch analysieren werden. Aber er, als Autor, hat wirklich kein Thema Thema, weil er nicht ein Funktionär ist. Er macht seine Geschichte, er wird seine Geschichte und das Rest ist gemacht durch die Klasse. Aber es ist noch etwas mehr über zu sagen, Amin, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte eine Situation nodig, um den Vater und der Moeder von Paul Kruse aus dem Kruise zu lassen. Und ich fand es eigentlich ein nochal großes und drastisches Idee, um dafür ein Flugzeug aus der Luft zu lassen, mit einem Pilot er in. Und die Pilot wird vervolgens de sleutel tot het nieuwe Leben von der Moeder von Paul Kruse. Er wird verliefd auf den Pilot und geht er mit ihm vandoor. Dus ich hatte auch ein soort, ich hatte es auch nodig für das Verhaal, aber ich bin auch doll auf kleine Vliegtuigjes. Das will sagen, kleine Vliegtuigjes, die ich selbst kann fliegen. Ich habe für Joe Speedboard beispielsweise ooit vlieglessen genommen in Tsjechië, weil ich gerne wollte wissen, wie das mit kleinen Vliegtuigjes geht und wie die Welt eruitzieht von oben. Dus ich versuche ich in jedem Buch ein klein Vliegtuigje zu stellen. So, Tommy fügt noch etwas hinzu, nämlich er braucht ja eine Situation oder eine Ausgangslage, warum der Vater und die Mutter von dem Protagonisten auseinander gehen und sie sich davon macht. Und dann kam eben die Geschichte mit dem Flugzeug, das abgestürzt ist mit dem Russen. Und das Flugzeug stellte dann quasi der Schlüssel zu dem neuen Leben dar. Und das hat auch etwas mit den Interessen von Tommy Wieringer zu tun. In fast jedem Buch kommt irgendwas mit dem Flugzeug vor. Er hat auch Flugstunden genommen und das noch als kleiner Zusatz. Er hat auch einen bestimmten Sinn in diesem Flugzeug, weil er braucht eine Sache, für die die Eltern alle sich separieren. Er hat sich gesagt, dass es sehr stylisch ist, zu haben diese Szene, wo es die Viergefläche ist, und dann die Viergefläche kam, die Viergefläche kam, die Viergefläche kam und die Viergefläche kam. Er hat sich für das, für diese Szene-Kläge ziemlich tragisch. Er hat sich, dass er die Viergefläche ließ, er versucht, einen kleinen Viergefläche in jedem Flugzeug, und bereits im Rahmen der Recherche für Joey Speedboat, er hat die Viergefläche für diese Recherche gemacht. Er versucht, das ein bisschen überall zu stellen. Gut, ich schlage vor, dass wir jetzt überleiten zu Isabelle Rosselin. Mme Rosselin, es ist jetzt auf deinem Tag, aber, wenn Sie mir helfen, ich diré auch noch ein paar Worte über Ihre Biografie, zu beginnen, und dann werden Sie ein extrait von dem Buch oder der Tradition französische, die Sie haben gemacht. Isabelle Roselin, diplômée de l'École supérieure des Interprètes et des Traducteurs à Paris et titulaire d'un Master de Terminologie à la Sorbonne de Paris. Elle est réviseuse au service des langues à la Banque européenne pour la reconstruction et les développements à Londres. Auparavant, elle dirigeait son propre bureau de traduction, après avoir été responsable de la traduction à l'habdomadaire Courrier international et auparavant lexicographe au service des dictionnaires bilingues chez Larousse. Donc, pas mal de boulot. Isabelle Roselin est Übersetzerin aus dem Niederländischen und Englischen ins Französische. Et in dieser Funktion arbeitet sie seit gut 40 Jahren für Verlage, für Verlagshäuser, für die Presse, für Radio, für Fernsehen und auch für internationale, Entschuldigung, Organisationen. Isabelle Roselin ist Übersetzer aus dem Niederlandischen und Englischen und Französische. Und in dieser Funktion ist sie auch schon mehr als 40 Jahre gearbeitet für Verlagshäuser, für die Presse, Radio, Televisie und internationale, Organisationen. Elle anime des ateliers de traduction littéraires. Elle a été lauréate, entre autres, du Prix des Phares du Nord pour la traduction du roman Villa avec Piscine, en irlandais. Comme vous voyez, Zomra Smet-Zwembad, de l'auteur irlandais Hermann Koch. Et elle a été couronnée par le Prix littéraire bellicien de la région pour ce même livre. Elle est aussi lauréate du Maudor 2013 pour la traduction de Congo, une histoire de l'auteur belge David van Rehbroek. Regardez quelle épaisseur ce livre a. Roselin begleitet Workshops, literarische Übersetzungen. Für die Übersetzung von dem Buch Zomra Smet-Zwembad von Hermann Koch erhielt sie 2014 schon mal den Übersetzerpreis des Auregio-Schüler-Literaturpreises et elle a été créé pour ce livre également avec le prix des Phares du Nord, un francés de l'auteur, de l'auteur de France, de l'auteur de l'auteur de France. Elle a été écrédée par le prix des Fares du Nord en 2016 pour la traduction du livre «Sommerhuis » avec Zwembad de Hermann Koch. Elle a été écrombie par le prix des Auregio-Priis pour le même livre. Grâce à son travail de traduction vers le français du roman Sainte-Rita de Tommy Wieringa, Isabelle Roselin est maintenant nominée pour un prix de traduction de l'édition 2022 du Prix littéraire des Lycéens de la région. Avec la traduction de Tommy Wieringa's Sainte-Rita de Néerlène en français, elle a maintenant été nominé pour un prix de traduction de l'Étienne. Avec la traduction de l'édition de l'édition, Isabelle est nominée pour un prix de traduction dans le cadre du l'Étienne de l'Étienne de l'Étienne de l'Étienne de l'Étienne de l'Étienne. Madame Roselin, c'est à vous. Je vous laisse, je vous passe la parole. Bonjour, j'ai choisi pour la lecture le chapitre 4 du livre où justement le fils Aloïs dit qu'il rencontre son père pour la première fois presque, son père qui découvre cet avion qui s'est écrasé dans un champ près de chez eux. L'après-midi où son père déboula dans sa vie, les arbres déployaient les rondeurs fécondes de leur frondaison à la lisière du bois et dans le champ communal, le maïs était déjà haut. D'abord, un fracas assourdissant avait retenti dehors. Paul s'était précipité, espérant qu'une météorite venait de tomber. Il entendit dans le champ de maïs qui jouxtait leur terre un grondement, un intense remue-ménage, les convulsions d'un monstre, le piétinement d'un cheval. Oui, un cheval allait surgir de cet écran de verdure, un cheval sauvage, écumant et luisant de sueur. Il s'annonçait par les craquements des tiges de maïs sous sa masse puissante. Il apparaîtrait devant lui, aussi haut qu'un mur, s'ébrouant, les yeux exorbités. Or, ce qui surgit ne fut pas un cheval, mais un corps composé de deux hommes, que son père tirait quelqu'un par les chevilles, un mort avec des traînées de sang sur le visage, que son père hissait sur le talus, séparant les champs des fortresses de leur propriété. Il lâcha les chevilles de l'homme, le prit à bras le corps et le fit passer de l'autre côté. Quand il vit Paul planter là, il lança « Va voir ta mère, faut appeler mon tisane ! » Paul le fixa bouche bée. « Tout de suite ! » aboya son père, qui n'avait encore jamais entendu élever la voix. Le garçon partit en courant vers la maison et y entra. Mais sa mère, au lieu d'appeler immédiatement le médecin, se précipita dehors, où son mari qui traînait un homme dans l'herbe s'exclama au désespoir « Mais appelle mon tisane, bon sang ! » Voilà ce que Paul Krusen pourrait raconter plus tard. Peu de temps auparavant, son père était dans le potager, une passoire à la main, et il détachait des haricots verts de leurs tiges. Il avait entendu au loin les ratés d'un moteur d'avion, qui s'était arrêté puis remis en marche en crachotant. Il scruta le ciel au-dessus des peupliers et au moment où il se retournait vers les tuteurs des haricots, il entendit un choc retentissant. Un tremblement se propagea à travers les arbres et dans l'herbe. Son père laissa tomber la passoire et se précipita vers la maison. Un trou dans le toit, sa femme et son enfant écrasés par un avion tombés du ciel. Mais aux abords de la maison, il ne constata aucun dégât. Tout était calme. Il courut sous les arbres en direction du ruisseau, puis le long du sentier forestier derrière sa maison, parallèle au cours d'eau. Il sautait par-dessus les racines apparentes sur le sol et se baissait pour éviter les branches basses. Il courut loin, jusqu'au bout du terrain, et grimpa à un chêne en se servant d'un noisetier comme marche-pied. Il monta de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il voit dépasser le toit de tuiles oranges de sa maison, au-dessus des buissons de sureaux luxuriants. Il embrassa du regard la mer de maïs, puis il vit la pointe de l'aile d'un petit avion au milieu du champ communal. Elle émergeait des panicules brunes, l'adieu d'un navire qui sombre. En un éclair, il fut en bas de l'arbre et passa à guet à travers le maïs. Le feuillage pointu craquait et lui griffait la peau. Il piétina les tiges sur son passage. « Un avion ! » ne cessait-il de se répéter. « Un avion s'est écrasé derrière ma maison ! » Le nez s'était fiché dans la terre, l'hélice et les ailes gauches étaient cassées. La proximité de la mort le fit prémunir. Il longea la queue de l'appareil qui semblait fabriquer avec tout ce que quelqu'un avait pu trouver dans sa remise. La toile déchirée enveloppant le fuselage qui avait la couleur de tente militaire abîmée par les intempéries était reprisée ici et là comme un vieux bleu de travail. Sur la vitre latérale de la cabine de pilotage, il vit des traînées de sang. De plus près, il aperçut la tête du pilote renversée en arrière. Aloïse grimpa sur la base de l'aile et regarda à l'intérieur de la cabine. Le large visage immobile d'un homme coiffé d'un bonnet d'aviateur en cuir. Ses yeux morts, bleu pâle, comme des rubans dans les cheveux des petites filles. Soudain, Aloïse vit remuer les filets de salive ensanglantés entre ses lèvres. Le choc, il respire, il vit. Les filets entre les lèvres desséchées se brisèrent quand la bouche forma des mots qu'Aloïse ne put comprendre. « Qu'est-ce qu'il y a ? » cria-t-il. « Tu t'es écrasé ? » Les mots s'en vigueur derrière le plexiglas, les yeux s'ouvrant et se ferment lentement. Aloïse tira de toutes ses forces le bas du cadre métallique de la capote rabattable de la cabine. En vain. « Il faut déverrouiller ! » hurlait-il à l'homme. « Déverrouille ! » Il montrait la manette à l'intérieur de la capote. Le pilote passa le bras droit devant sa poitrine. L'autre bras pendait mollement le long de son corps. Il pivota le torse vers la gauche, grimassa et posa la main sur la manette. « Plus fort ! » cria Aloïse. « Bon sang ! Appuie, mon gars ! » Il descendit de son perchoir et trouva un caillou dans la terre remuée. Il l'utilisa pour briser la vitre. Il passa la main à l'intérieur de la cabine dans la chaleur moite, tira sur la manette et ouvrit la capote au-dessus de la tête de l'aviateur. « Sors de là ! » dit-il. Le pilote chuchota quelques mots dans une langue étrangère. De toute évidence, il n'avait pas la force de s'extraire de l'appareil. Aloïse se pencha au-dessus de lui pour essayer de le soulever. Mais l'homme poussa des gémissements si pitoyables qu'il le lâcha aussitôt. Aloïse leva les yeux vers le ciel. Il prit une profonde inspiration. Un nuage gris et plat comme un galet dans une rivière s'était déplacé juste au-dessus de leur tête. En contrebas, une voiture passait sur la route. Si le conducteur avait levé la tête, il aurait vu plus haut dans le champ communal un homme dépassé des maïs qui faisait de grands gestes pour attirer son attention. Mais l'homme garda les yeux rivés sur l'asphalte et disparut parmi les chaînes dans leur virage. « On ne va pas y arriver comme ça » à Marmona Aloïse. Au-dessus de sa tête, une volée de corbeaux se fondit en une guirlande noire. Aloïse se pencha de nouveau vers l'homme, passa ses bras autour de son torse et le sortit de son siège. Le pilote hurla de douleur et de peur et perdit connaissance quand Aloïse le traîna de toutes ses forces hors de l'appareil. Sur la terre retournée était à présent étendu un étranger. Un homme venu de loin avait entre-temps compris Aloïse. Le bonnet d'aviateur, les habits démodés et usés comme s'il était venu en avion non pas d'un autre pays mais d'une autre époque. Les bottes en cuir éculées à ses pieds. Un paysan ? Un paysan aviateur ? Un polonais, pensa Aloïse. Les polonais avaient les yeux clairs. Il lui retira ses bottes, le saisit par les chevilles et commença à parcourir entre deux rangées de maïs le long trajet jusque chez lui. merci Isabelle d'avoir lu ce passage clé, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait levé sa main tantôt ? Je pense que oui mais sinon on a directement une question à Isabelle qui nous a été envoyée. Oui. Tu commences en français ? En fait, la question était le roman joue souvent avec des dialectes et comment est-ce que vous avez rendu cela dans la version française ? Alors, dans le roman il y a beaucoup avec dialectes et la question est comment Isabelle l'a évoqué dans la version française qui s'est envoyé sur la version française et la question est le roman joue un peu avec dialectes et la question est comment Isabelle l'a évoqué versée 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 Comment est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez dit ? C'était un des étudiants francophones Ok. On a pas de nom. Ok. Non n'ymo. Isabelle. Tu veux répondre ? Une question très intéressante parce que c'est un choix à faire je pense que ça dépend du roman pour Saint-Rita en fait je voulais éviter de faire une sorte de caricature d'un langage qui serait peut-être un peu paysan disons ou un peu simpliste et donc j'ai essayé sans imiter un dialecte disons puisé dans le genre de dialecte qu'on pourrait avoir en France j'ai essayé de reproduire un langage qui me paraissait plus imagé peut-être un peu plus familier sans être ridicule c'était toute la difficulté je n'ai pas imité un dialecte français je n'ai pas par exemple ça pas les noms des villages par exemple du roman die nicht existenten Ich habe ein bisschen mehr für die Marge weil ich auf dem Anfang habe ich entschieden zu den garderen in Irlande und ich habe gesagt, dass es nicht funktioniert weil es das Villages wollen etwas sagen und da ich habe ein bisschen auf das das Noms ein bisschen des Zuhes ein bisschen von einer anderen Zeit als wenn die Region nicht seine Zeit hat und ich habe versucht zu geben ein Ego zu diesem Dialekt das ich nicht immer kann in dem Namen des Villages Das ist ein Kompromiss der will was er will aber ich bin sehr glücklich von dieser Lösung Gret, willst du erst den ersten Teil übersetzen? Ja Isabel zegt dass sie vor allem nicht wouden dass sie eine karikatur von so ein boerentaaltje gebruikten und sie wollte auch nicht putten aus bestaande dialecten wie sie in Frankreich auch bestanden und sie hat eigentlich ein eigen taaltje gecreëerd zonder dass es ein belacheliger ist ein die haben eine bestimmte betekenis sind älterwäts namen und ich versuche auch in franz älterwäts 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 fragen wirklich mit der übersetzung dieser namen das tradiktrice jule hatte sich vorhin auch noch irgendjemand gemeldet und ihr könnt euch gerne noch weiterhin melden wir wissen dass es noch viele fragen gibt also nicht schüchtern sein man sieht auch nichts ihr dürft doch einfach nur sprechen älterwäts 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 dann ist er eine Frage in Verband mit dem Titel Wie kam du auf die Idee von Sint Rita? fragt jemand, heb du hier eine Anekdote über? Wie kamen sie auf die Idee das Buch eigentlich dann oder überhaupt da Sint Rita eine Rolle spielen zu lassen? gibt es dazu eine Anekdote? Wie kamen Sie die Idee von Sint Rita? Ten eerste vond ik de Franse lezing fantastisch. Ik vind echt het Frans is echt de taal der Engelen. Ik wilde dat ik het zelf zo zou kunnen voorlezen, maar het is me niet gegeven. Ik ben in een kleine, onbelangrijke taal geboren. Maar als ik het Frans hoor, dan smelt ik. Ik zou eigenlijk het liefst met een Franse vrouw getrouwd zijn. Maar ja, je hebt het niet voor het kiezen. Wat betreft de heilige Rita, ik kwam haar tegen toevallig. Ik ben wel geïnteresseerd in de christelijke traditie. Voornamelijk de katholieken. Ik interesseer me daarvoor. Ik bezoek veel kloosters. Ik schrijf veel in kloosters, omdat je daar geen gezin om je heen hebt. En het kloosterleven is heel erg aangepast op concentratie en toewijding. Daarom houd ik er heel erg van. En ik kwam dus ergens op een dag, en ik weet niet meer waar of wanneer, maar kwam ik de heilige Rita tegen de troosteres der, nee, hoe zeg je dat ik weer zei, is de beschermheilige de beschermheilige van de hopeloze gevallen. En toen dacht ik eerst, nou ja, dan is ze ook mijn beschermheilige. Maar ik dacht ook aan mijn hoofdpersonages, die twee. Ik dacht, ja, dat zijn ook wel een beetje hopeloze gevallen. En toen heb ik de heilige Rita hun schutspatroon gemaakt. Oké. Zo, Tommy zegt, er is de heilige Rita begegnet, inzover als hij zich zeer voor de katholische traditie interesseert, gerne klooster bezoekt, ook gerne schrijft in kloestern. En dan had hij bij een van deze besoeren ook de heilige Rita gezegd en had zunächst maar gezegd, ja, dat is mijn schutzepatronin, dat die patronin der hoffnungslosen felle. En dan had hij gedacht, aber ze is ook die schutzepatronin meiner Protagonistin in de boog en die heilige ritter. En over de vertaling, en over de france vertaling. Ah, en dan, ja, op deutsch dan, Tommi sagt, dat hij die lekture herrlich fand, dat hij die französische sprache die sprache der Engel sei und am liebsten wäre er auch mit einer französischen Frau beheiratet. Leider ist er eben native speaker von einer belanglosen, kleinen, unwichtigen Sprache. Donc tout d'abord Tommi il a dit que le france il adore le france c'est le langage des anges. Voilà qu'il entend à nouveau. Il aimerait bien pouvoir lire en français comme Isabelle l'a fait et malheureusement lui sa langue maternelle c'est juste une toute petite langue. Il aimerait bien être marié avec une femme française mais bon donc voilà pour les éloges pour la langue française. Sinon la question était justement comment est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce venu à Saint-Rita. Ça s'intéresse beaucoup à la tradition chrétienne et surtout catholique. Il va souvent visiter des monastères et dans ce cadre-là il a fait la connaissance de Saint-Rita qui est la sainte protectrice des cas désespérés désespérants donc il s'est dit ok ça va être ma sainte protectrice à moi et en fait comme ces deux protagonistes sont des cas assez désespérés il s'est dit ok ça va très très bien pour les jumeler avec eux et ça va être la sainte protectrice de mes deux protagonistes du roman voilà sinon moi j'ai reçu ici une question de Simone qu'il a envoyé à moi j'ai une question de Simone une question peut-être je la laisse une fois Simone écrit bonsoir j'ai une question pour l'auteur pourquoi Paul n'a pas eu envie de quitter sa petite ville pourquoi l'avoir fait rester dans cette ville alors que tout le monde partait Simone j'ai une question à l'autor pourquoi Paul n'a pas envie de sortir de ce petit d'or de de tous tous et il est dans le d'or de d'or je pense que la question est très très c'est pourquoi Paul n'a pas de sa petite d'or pourquoi il est de de Ich bin sehr interessiert in migratie und der redenen warum Menschen migreren und warum sie von dem einen Gebiet nach dem anderen trekken, von dem einen Land nach dem anderen, von dem einen Weltkrieg nach dem anderen. Aber das ist auch ein Vertekend Beeld, weil die meisten Menschen in der Welt sind thuisblijvers. Die meisten Menschen bleiben wo sie vandaan kommen. Die Welt lijkt auf Drift, aber doch ist der Welt ein von thuisblijvers. Und ich finde die, die, es ist ein hele, es ist grappig, dass ihr intussen, weil natürlich, es sind viele Menschen die nach steden trekken, aber das Platteland ist auch noch immer befolgt. Daher wollen Menschen und sie haben ihre Sorgen und sie haben ihre Leben. Und ich fand es interessant für dieses Buch um zu schauen, nicht nach den migranten, zoals ich oft mache, aber nach den thuisblijvers. Weil die haben auch gute oder minder gute redenen um nicht zu vertrekken. Und ich wollte die redenen, warum jemand bleibt. Ja, also Tommy interessiert sich sehr für Migration und die Gründe für Migration, meint aber, wir haben manchmal ein falsches Bild der Menschheit. Die meisten Leute bleiben zu Hause und migrieren nicht, wandern nicht aus. Und auch die Leute, die auf dem Lande wohnen, haben ihre Gründe, weswegen sie zu Hause bleiben. Und deswegen ist das Schreiben des Buches vielleicht auch entsteht auch aus dem Grund, dass Tommy mal gucken wollte auf die Leute, die eben nicht auswandern, sondern die zu Hause bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Inna, du hast die Übersicht, ihr habt die Übersicht, ist es noch jemand, die so ein Handchen aufgestaut? Ich werde die Übersicht auf den Weg gehen. Ich werde die Übersicht auf den Weg gehen, um die Leute zu Hause bleiben. Ich werde die Übersicht auf den Weg gehen, um die Übersicht auf die Übersicht zu stellen. Warum? Warum habe ich dir für gekozen, um das Verhaal auf diese Weise zu beenden? Warum dieses Ende der Geschichte? Ich werde die Übersicht auf die Übersicht auf den Weg gehen. Ich werde die Übersicht auf den Weg schreiben. Aber für dieses Buch fand ich es ein schitterend dramatisch gegeven, dass diese Junge, die Übersicht auf die Übersicht auf der Übersicht befinden, dass er nicht mehr ist, wie er als ein Soldaar ist. Er steht auch in SS-uniform. Und es fraaie fand ich vielleicht wohl, dass es nichts passiert. Dass er als er seine größte Angst hat, als er sich geconfronteerd sieht mit seiner größte Angst hat, dann bleibt es eigentlich stilte zu sein. Und nicht ein Fysiek gegeven von jemand anders, oder etwas anderes, das ihn bedreigt. Er ist nichts. Und das ist vielleicht das aller Angst. Okay. Tommy sagt, ein Ende zu schreiben sei unendlich schwierig. Es ist immer leicht, einen Anfang zu finden für ein Buch. Und am liebsten würde er nur Bücher schreiben ohne Ende. Aber das Ende musste eben irgendwas Tragendes oder Bedeutungsvolles darstellen. Und deswegen auch diese Figur Paul Krüßen zwischen den Lichtern vom Bewegungsmelder bereit zu kämpfen in der Nazi-Uniform, die er sich angezogen hat. Und das Schöne ist eigentlich, dass sich dann trotzdem nichts ereignet. Und dass bei der Konfrontation mit seiner Angst es eigentlich nur Stille gibt. Und das ist das, ja, das Tragende dabei. Er sagt, dass die Schlussfolgerungen immer schwierig sind. Die Schlussfolgerungen sind sehr schwierig. Die Schlussfolgerungen sind sehr leicht. Und die Maribien schreiben nur mit den Schlussfolgerungen und ohne Schlussfolgerungen. Aber das ist nicht möglich. Er musste für eine Schlussfolgerungen. Und das ist eine sehr tragische Schlussfolgerungen. Aber eine Schlussfolgerungen, wo es noch nichts passiert ist. Und das Schöne ist enorm. Er ist unter den Lichtern. Er ist da, in seiner Nazi-Uniform. Aber nichts passiert ist. Und es gibt die Angst, die bleibt. Und das Schöne ist, aber nichts passiert. Amin. Amin. Er hat noch eine Frage. Ich wollte fragen. Aber in dem Buch selbst, wenn ich ihn an zu lezen war. Und bei dem, wo es ging über seinen Vater, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass Paul ein bisschen auf seinen Vater ein bisschen lijkt. Aber auf welke manier ist das dann so geschrieben, dass die er auf lijkt? Das ist eine schwierige Frage. Aber... Natürlich lijkt er auf seinen Vater. Es ist schrecklich. Er ist net so inert als seinen Vater. Er ist net so onbewegelijk als seinen Vater. Er kommt auch noch nicht weiter, net als seinen Vater. Er ist auch in der liefde total ongeschikt. Er ist ein für die liefde ongeschikt instrument. Net als seinen Vater. Und das kommt natürlich omdat... Kijk, je zou kunnen zeggen, das größte taboo ist eine moeder die haar kind verlaat. Oder eine moeder die nicht von haar kind houdt. Das ist ein großer taboo. Diese moeder ist so auf sich selbst gericht, so egocentrisch, dass sie für sich selbst kiest, für ihre liefde, zusammen mit die aus der Himmel gevallen piloet. Da ist durf für notwendig. Da ist selbstzucht für notwendig. Aber doch vor allem auch dapperheit. Und ich finde die moeder eigentlich doch ein soort heldin. Die, ja, die... Die laat gewoon die zwei toch wel ein bisschen sukkelige figuren achter für ihre eigen geluk. Schandelijk. Maar... Wel... Wel ein bisschen ein heldin toch auch, ja. Die moeder ist dubbelzinnig. Waar die vader eigentlich vrij eenduidig ist. Die Frage war also auf Paul. Und wenn ja, inwiefern er seinem Vater ähnelt. Und Tommy bejaht das, dass Paul ja sehr stark ihm ähnelt. Der ist ja genauso unbeweglich, tritt quasi auf der Stelle, ist nicht liebesfähig, genauso wie sein Vater. Und auf der anderen Seite steht dann da die Mutter, die für Tommy eigentlich eine Heldin darstellt, obwohl sie das Tabu gebrochen hat von einer Mutter, die das Kind verlässt. Aber auf der anderen Seite eben sich für die Liebe entscheidet und ein Wagnis eingeht. Also diese Person ist ja ein bisschen zweideutig, wo das vielleicht bei den beiden anderen eindeutig ist. Wunderbares Wort auch. Liebesfähig. Das genieße ich sehr. Fantastisch Wort. Die Frage war, ob Paul, wie sein Vater ist. Und Tommy sagt, dass er ja, wie er sehr stark ist. In dem Sinne, wo er nicht bewegt, er bleibt wo er ist, er bleibt figet. In seinem Petit Blaine, man könnte sagen. Und auch, er ist nicht able, wie er nicht able, wie er. Also, die Frau ist, wie er, für Tommy ist eine große Heroine. Sie ist eine Frau, weil er findet ihr lieben. Sie ist am lieben, sie wird als Kind. Aber in dieser Stelle, das ist etwas sehr Tabu. Das ist eine Frau, die ihr Kinder verraten, die sie hinter sie ist, die keine Liebe für sie, was sie lieben. Das ist etwas sehr Tabu. So in diesem sens, die Mère hat ein double sens, während die Vögel des Pères ist ziemlich klar. Ich habe noch zwei Fragen, die in den sensen von Amour, und die fragen, ich will einfach die Verröger, warum Paul sich empfiegt von finden eine Frau, oder warum er nicht seine Chance mit Rita hat. Ich habe hier zwei Fragen, die genau in diese Ecke Liebe übergehen. Und die fragen, wieso er es nicht einfach mit Rita versucht hat, oder wieso schafft er es nicht, eine Frau zu finden? Die Frage, Tommy, warum er nicht in Schlag ein festes Betreffung mit einer Frau und warum er auch nicht weitergeht auf die relatie mit Ineke, dachte ich nicht mit Rita, mit Ineke bedoel je? Nee, mit Rita ist auch eine Prostitüe in das Verhaal. Das war die Frage, wieso versuchte ich das nicht mit Rita? Oké, oké. Er ist etwas Grappiges mit dieser Frage. Und das geht darum, wie ich als Schreiber ein Personage benadert. Ich habe Paul Cruze bedacht. Ich habe ihn samengestellt aus allerlei Menschen die ich kenne. Ich habe ihn samengestellt aus... Sommige delen von mir zitten er in. Aber ich habe ihm ein Lebenslauf gegeven und eine Lotform bedacht. Und auch als ich meine Personage, ich habe es zoveel mögliche Raumte. Denn es ist echt wahr, dass Personages Dinge tun, die ich nicht verwacht als Schreiber. Und die Raumte, finde ich, muss ich haben. Paul habe ich eigentlich, wie bei einem Auto, ziemlich zuinig afgestellt. Also habe ich ihm nicht vieles gegeven, um sich ein großes und misslepend bestaum zu machen. Darum ist es, dass es nicht lukt mit einem Frau, weil es mein Keuze ist gewesen, dass es nicht lukt mit einem Frau, und dass ich ihn auf sein Best finde, wenn er ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen ist. Pas dann komme ich bei dem Wesen von sein Besteinsproblematik. Das ist ein plechtiges Antwort. Domi schreibt diese Frage als ein wenig witzig. Er beschreibt sich selber als der Schöpfer von Krüsen. Paul Krüsen, der natürlich auch ein Teil von ihm selber ist. Aber obwohl Figuren in seinen Büchern auch immer einen eigenen Raum haben und sich von sich aus entwickeln, hat er doch das Schicksal seines Protagonisten hier festgelegt. Und die Geschichte von diesem Paul Krüsen ist eben eine einfache Geschichte. Und diese Figur wird am besten dargestellt, wenn sie eben ist, wie sie ist. Nämlich ein Einzelgänger, jemand, der vielleicht auch einsam ist. Und das ist dann eben das Wesen von diesem Menschen, den er darstellen wollte. Das ist eine Frage sehr drüber. Er hat wirklich gewählt, dass er ein sehr einfaches destin ist und dass er eine Person bleibt selbst und dass es etwas, was er sehr stark ist. Er sagt, dass die beste Art der Porträttern ist, dass er sich selbst zu lassen, dass er nicht in einer Beziehung kommt, weil es ein großer Charaktere ist, dass dieser Person, Ja, das ist so. Und ich will noch ein ganzes Ding an toevoegen. Ich lees meine zwei Döchters, 10 und 12. Das lees ich jetzt nur auf der Welt für von Hector Malow. Und ich weiß nicht ob Sie es gelesen haben, aber es ist ein prachter, prachter Buch. Und auf ein bestimmtes Moment sterfen dort kurz hinter elkaar ein paar hele dierbare personnages in das Buch, nämlich zwei Honden und ein Aapje. Und meine Döchters waren da sehr verdrietig over. Und meine Oudste Dochter vroeg, warum tut der Schreiber das? Ist die da selbst nicht verdrietig over? Das war eine sehr gute Frage. Er waren sehr viele Antworten auf möglich, aber die Frage bleef, warum tut der Schreiber das? Ja, eine kleine Anekdote dazu. Tommy hat zwei Töchter, 10 und 12 Jahre alt. Und er liest denen im Moment ein Buch vor, allein auf der Welt, von Malow. Und da sterben im Laufe der Geschichte auch zwei Hunde und ein Äffchen, dachte ich. Und die Kinder, stimmt das natürlich ganz traurig. Und dann haben sie die wohlberechtigte Frage gestellt, warum macht ein Autor das? Warum lässt er seine Helden sterben? Es gab kein richtiges, kein gutes Antwort eigentlich. Er hat eine kleine Anekdote. Er hat zwei Töchter, 10 und 12 Jahre alt. Und in diesem Moment, er liet den Bibel Seul au Monde, von Hector Malow. Und in dieser Geschichte, er hat zwei Töchter und ein Petit Singe, auch. Und diese Kinder haben gefragt, aber warum macht die Autor das? Warum lässt er diese Tiere sterben? Und es gibt keine gute Antworten auf diese Frage. Wir wissen einfach nicht. Emi, ja, hat noch eine Frage. Emi, noch eine Frage? Ja. Heeft u moeite gehad mit schrijven, of heeft u im Moment gehad dat u nicht bemüßt hoe het verhaal daaraan moest gaan? Oh ja. Heb jij die vraag begrepen, Tommy? Ik heb het niet. Ja, zeker. Zeker, nee. Heb ik moeite gehad het boek te schrijven, heb ik me afgevraagd hoe ik nou eigenlijk verder moest met het boek. Nee, het was heel moeilijk om het te maken, omdat het heel dicht bij mezelf lag. En ik wilde niet een autobiografisch verhaal schrijven. Ik wilde wel een mooie geschiedenis vertellen en een goed verhaal vertellen met een wezenlijke bestaansproblematiek. Dus ik moest, ook al was het dicht bij mezelf, het toch bij mezelf vandaan schrijven. Dat was moeilijk aan dit verhaal. Dat is een beetje de paradox ook van het verhaal. En ik heb heel vaak vastgezeten, en ik ben ook heel vaak opnieuw begonnen. Maar toen ik op een zeker moment op zo rond 10 mei 2015 had ik opeens beet, wist ik, oh ja, zo moet het. Dit is het perspectief. En vanaf daar heb ik niet meer losgelaten en het eigenlijk zonder heel veel verdere moeite kunnen schrijven. Maar de aanloop was moeilijk. En wat ik net zei, het begin is makkelijk, dat is onzin. Het begin is net zoals het einde ook heel moeilijk. Ja, die vraag was also van Emi, in wie fijn is Tommy schwergefallen is, het boek te schrijven en vooral ook weiterzumachen met het schrijven. en Tommy antwoordt dat er, hij wilde ja twee dingen. Hij wilde een goede book schrijven, een goede roman schrijven en op de andere kant ook een wichtige existentieelijke problematiek behandelen. en dat had dazu geführt, dat hij zwischendurch ja festgesteckt had en misschien niet verder kwam. En dan had het wel een datum, am 10. Mai 2015, dan moet er irgendwas gebeurd zijn. Weet ik niet. Hij had op eenmaal, ja, dan... het boot had vielleicht bis dahin een beetje festgesteckt, hij wilde niet wilde schrijven. hij wilde niet echt iets autobiografie. Das ist gar nicht ganz klar. Er sagt, es war schwierig zu finden, aber es war ziemlich gut. Das macht mich an eine andere Frage, die wir für Isabelle bekommen haben. Ich muss gerade eine andere Frage noch denken, die wir für Isabelle bekommen haben. Die Frage war, dass wir schon andere Bücher von Tommy Viringa wurden, aber auch andere Traduzerinnen. Die Frage war, ob Sie, in diesen Traductions haben, ob Sie einen bestimmten Stil von Tommy, wo Sie sich inspiriert haben, um Ihre eigene Traduktion zu machen, um seinen langage in Französisch zu halten? Oder wie haben Sie sie gesagt? Wir hatten noch eine andere Frage reinbekommen. Nämlich wurden schon mehrere Bücher von Tommy Viringa ins Französisch übersetzt, allerdings nicht von Isabelle Roselin. Und die Frage war, hat sie sich selber von diesen anderen Übersetzungen inspirieren lassen für ihre eigene? Also gab es da eine gewisse Sprache, die sie quasi in ihrer Übersetzung berücksichtigt hatte, um diesen Sound des Tommy Viringa im Französischen bei zu behalten? Tommy, die Frage ist dus... Het ist für Isabelle. Ja, ich weiß es, aber... Ja, gut. Ich höre es, ja. Ja, ok. Aber vielleicht in den Nederlands noch, toch? Ja, das war was was ich. Sorry, nee, omdat je zei Tommy, dacht ich... Ja, sorry. Sorry. Dus de vraag is, er zijn al een aantal boeken van u in het Frans vertaald, maar door andere vertalers of vertaalsters dan Isabelle, en in hoeverre Isabelle dan ook die vroegere vertalingen leest, om te kijken wat misschien de soundprosodie is van die andere vertalingen, voordat ze dan aan de vertaling van dit boek is begonnen? Je troufe de question vraiment très intéressante. En fait, disons que je n'ai pas du tout consulté les autres traductions. C'est peut-être un tort, mais c'est mon choix. Ich denke, wenn ich ein Buch schreibe, ich versuche, zu mir wirklich zu vermitteln, zu der Sprache, zu dem Sprache, zu dem Buch entdeckt. Es gibt es manchmal auch die Reaktion des Reaktions des Reaktions des Reaktions, im Irlander Neumann, wie, für die Kritik des Reaktions des Reaktions. Aber ich möchte noch keine Fragen geben, weil ich wollt, wenn ich etwas aus dem Universität nicht dass diese Fähne nicht entdeckte, dass wir uns ein Geblieben haben, etwas, was mir vielleicht nicht erinnert, weil ich französisch bin, und ich habe vielleicht nicht erinnert, alle die Nuancen. Ich finde es immer interessant, nach dem ich meine Tradition gemacht, zu sehen, dass auch andere Niederlande oder Niederlandeerfäne, wir nicht vergessen, die Belgische, Quelles ont été leurs réactions Je trouve ça très très important Ça ne va pas forcément Me faire changer ma traduction Mais je vais pouvoir vérifier Si j'ai trouvé Le ton juste Et je pense que le ton Est ce qui est le plus difficile à traduire Chez un auteur Je peux par exemple traduire Une centaine de pages Et je ne sais toujours pas si j'ai le ton Et donc Je tâtonne Vraiment je tâtonne dans le noir Et à un moment donné Je vais le lire Parfois je le lis à haute voix Et le relire Et le réécrire Et tout d'un coup je saurais Que j'ai le bon ton Mais ça je ne peux pas le trouver Chez un autre traducteur Je vais ajouter autre chose C'est que Comme toutes les personnes Qui écrivent J'ai mes doutes Et une fois je parlais A un autre traducteur D'ailleurs c'était Philippe Noble Qui traduit aussi Du néerlandais vers le français Et je lui ai exprimé mes doutes Par rapport à Ce que je mettais Dans les livres Que je traduisais Il me dit Est-ce que Je suis parfois frustrée De sentir que je ne peux pas être Au plus près De ce que dit l'auteur Et que quelque part Je ne dirais pas Que je l'ai trahi Mais quelque part Ce n'est pas tout à fait ça Et c'est ça que je veux dire Par le ton Et Philippe Noble m'a répondu Mais Isabelle Ce n'est pas grave Parce que si les gens Vous choisissent En tant que traductrice C'est parce que vous êtes Qui vous êtes Et que vous ajoutez Ce plus là Au texte en français Ce que je trouve assez rassurant Mais ça n'a pas hôté Tous mes doutes Ah Ah Gut Sie sagt Sie hat Von den anderen Übersetzungen Überhaupt keine angeguckt Was sie macht Ist dass sie sich Wirklich das Buch anguckt Von vorne bis hinten Sie achtet Auf die Sprache Auf den Stil Auf alles Was zu diesem Buch Dazugehört Und lässt sich davon Ja Lässt das auf sich wirken Und arbeitet dann An ihrer Übersetzung Was sie manchmal macht Ist dass sie sich Danach Rezensionen anguckt Oder Kommentare im Internet Von den Leuten Die das Buch gelesen haben Aber wirklich Wenn ihre Übersetzung Fertig ist Um zu gucken Ist mir da irgendeine Weitere Bedeutung Irgendwie durch die Latte gegangen Oder Wie wurde das Insgesamt aufgenommen Und das guckt sie Aber diesen Stil Einen Autos Zu finden Ist wirklich was Schwieriges Manchmal Übersetzt sie 100 Seiten Und hat ihn immer noch Nicht gefunden Und sie tappt dann Ein bisschen im Dunkeln Und liest mal Sachen laut vor Formuliert wieder um Und dann denkt sie sich Jetzt habe ich es gefunden Also jetzt habe ich wirklich Diesen Stil Diese Stimme Gefunden Das ist wirklich nicht leicht Aber sie findet ihn auf jeden Fall Nicht bei anderen Übersetzern Also das ist wirklich Eine ganz eigene Arbeit Die sie dabei leistet Und sie hat auch oft Zweifel Bei ihren Übersetzungen Also auch Nicht nur die Autoren hadern Sondern auch die Übersetzer hadern viel Und sie findet es manchmal Sehr sehr frustrierend Dass man dem Text Dem Originaltext Als solches Nicht näher kommen kann In der Übersetzung Sie denkt sich Ah, ich bin zwar schon nah dran Aber irgendwas fehlt da noch Und das ist für sie Sehr sehr frustrierend Und da hat ihr mal Ein Kollege gesagt Isabel, das ist nicht schlimm Denn du wirst Als Übersetzerin gewählt Weil du So bist, wie du bist Und weil du das Aus dem Text machst Was du daraus schaffen kannst Also du gibst dem Text Das gewisse Etwas Dein persönliches Etwas Im Französischen Und das Fanzi war eine ganz Ganz ermutigende Aussage Die sie dann doch wieder Darin Darin bestätigt Und ich will da Even etwas an toevoegen Dass In Frankreich Wordt de vertaler Altijd Voorop De kaft Gezet Samen Met De Auteur De Vertaler Is werkelijk Een Mede-auteur Een Co-auteur Van het Boek Want De Komen Je Verliest Wat In de Vertaling Maar je Wint Ook Dingen Dus De 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 vertaler Is of die Nou wil Of niet Is die Mede-auteur Van Eigen Een Nieuw Boek In vertaling En Als Als je Een Goede Vertaler Hebt Dan Is Het Boek Er Beter Van wahrscheinlich viel hinzugewinnen. Le livre encore mieux qu'est ce qu'il était au départ. Zijn er nog verdere vragen van mensen? Gibt's nog vragen? Encore des questions? Volgens mij missen we nog haar Isabels repliek in het Nederlands. Of niet? Ja, juist. Isabelle heeft gezegd dat ze de andere vertalingen inderdaad niet heeft geraadpleegd. Maar dat dat een bewuste keuze van haar is. Wat wel belangrijk is, ze laat zo'n boek op zich werken qua taal, qua stijl. En dan, als ze klaar is met de vertaling, dan kijkt ze ook naar de reacties van de lezers. Maar om dus de juiste sound, de juiste spirit van het boek te vinden, dat is natuurlijk een beetje ronddwalen. En ja, ook verbonden met heel veel twijfels. Of dat wat ze in vertalingen legt, of dat ook het juiste is. Maar een collega heeft daar in dat opzicht dus gezegd, de lezers hebben ervoor gekozen dat jij de vertaalster of de vertaler bent. En denk aan dat wat je nog aan het boek kunt toevoegen, in plaats van het omgekeerde. We hebben nu twaalf mensen verloren, dus hou vol de laatste 58. Ik heb nog een vraag die misschien ook, ja, ik weet niet of daar een antwoord op bestaat. Wat is nou de werkelijke doodsoorzaak van de kruidenier? Want daar ligt toch ook een glas bloed onder zijn stoel en dan is daar ook een pakje met medicijnen. Also die vraag is, in wie veren, also wat is dan jetzt die tatsächelijke doodsoorzaak des vreundes van Hedwigus? Officieel is het ja hartverzagen, officieel hartfalen. Maar wat is nou de werkelijke doodsoorzaak? Of is daar geen antwoord op? Ina, volgens mij moet je mee vertalen. Oh, sorry, oké. Ja, nee, het is een leuke vraag, omdat die ook gaat over waarom heeft de schrijver mij niet alles verteld? Waarom heeft de schrijver mij met twijfels achtergelaten? Ik hou van boeken die niet helemaal af zijn. Ik hou van verhaallijnen die niet keurig worden afgehecht. Ik hou van een kleed waaraan een paar steken ontbreken. En er is een prachtige uitspraak, ik denk uit Persië ergens, en die luidt als volgt. Nee, dat is niet een uitspraak, eigenlijk is het een gebruik. Dat aan elk kleed dat wordt geweven door een wever, daar wordt een heel klein foutje aan toegevoegd. Een heel klein expres foutje. En met als reden, alleen God maakt volmaakte dingen. Oké, Tommi meint, dat is een heel leuk vraag. Insofern als de jene, die die vraag stellen, Ja, waarom laat de autor mij nu met offenen vragen terug? En Tommi zegt, hij mag geen perfekte Romane, waar alle vragen of antworten afgehecht worden kunnen. En het is zo, wie met een kleed, waar het een paar maschen in het kleed in het kleed gebeurt. En met absicht, alles wat van God gemaakt is, alles wat niet van God gemaakt is, kan niet perfect zijn. Ja, omdat alleen God perfecte dingen maakt, ja. omdat God alleen God perfecte dingen maakt kan, of kan het einde brengen. Ja. Hij zegt dat het een heel goed vraag is, ook omdat het aan de vraag is, waarom we het eerst van het einde van het einde van de volk, we hebben we met de vragen omhoogd, waarom we niet alles vertellen. In fact, Tommi, hij niet op het einde van de volk, waarop je kan op de volk, waarop we alle kaas van de volk, van de volk, hij mag wel de volk, de volk en de volk, und er répondet mit einem Proverbe Person, wo man sagt, dass jede Röbe die Fabrik ist, eine sehr kleine Erreur ist, weil es nur Gott die Dinge komplett und perfekt machten. So, dann wir hoffen, dass diese Abend auch perfekt war. So, dass wir noch genug Verhalte haben können. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an diejenigen, die heute dabei waren, die bis zuletzt durchgehalten haben. Vielen Dank für die gestellten Fragen. Vielen Dank für die beiden Gäste heute, die uns Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank an Ina für die Übersetzung. Vielen Dank an Oliver für die Technik im Hintergrund. Ina, du traduis noch in französisch? Ja. Ja. On va clôturer une soirée pas parfaite non plus avec quelques petites interruptions techniques. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui étaient là. Merci beaucoup pour vos questions, aussi pour ceux qu'on n'a pas su poser parce que c'était assez long. Merci beaucoup à nos deux invités, Isabelle et Tommy, qui étaient là pour répondre. Merci à Oliver pour avoir géré toute la technique. Merci à Grit pour l'animation. Et je te laisse clôturer. Et passez une bonne soirée. Prêt de l'avond et jusqu'à la prochaine fois. Bis zum nächsten Mal. Pour les Français, les Français et les Néerlèndes, nous voulons nous voir demain matin. Après demain, on se reverra. Voilà. Jeudi soir avec Takie Surgare. À tout bientôt. Et je vous remercie à tout le monde. Tot bien à la prochaine. Tot kère.